Hallo und herzlich Willkommen zu den digitalen Quicktipps! Mein Name ist Arno Burger, und heute geht es um Geburtstage in Outlook. Lasst mich doch in den Kommentaren wissen, ob euch dieser Tipp weiterhilft und welche Fragen ihr habt, und wenn es euch gefällt, dann hinterlasst mir einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Auch wenn natürlich der Geburtstag nachher im Kalender steht, ist unser Ausgangspunkt der Kontakteordner. Ihr könnt hier entweder einen neuen Kontakt anlegen oder einen bestehenden Kontakt öffnen, und dann findet ihr im Menüband unter Kontakte, Gruppe Anzeigen, die Details. In den Details könnt ihr jetzt hier den Geburtstag eintragen. Inwieweit ihr das datenschutzrechtlich dürft, das müsst ihr natürlich intern klären, aber technisch funktioniert es auf diese Art und Weise. Ihr geht dann auf Speichern und Schließen, und jetzt wird im Kalender – in eurem eigenen Kalender – eine Ereignisserie für diesen Geburtstag angelegt. Das ist seit Outlook 97, also seit der ersten Version von Outlook so. Wenn ihr Microsoft 365 habt, dann habt ihr hier unter Umständen noch einen Geburtstagskalender dabei. Da seht ihr, wird das auch eingetragen. Wenn ihr später den Kontakt löscht oder auch den Geburtstag wieder entfernt aus dem Kontakt, dann verschwinden beide dieser Ereignisserien wieder. Vielleicht noch ein Tipp zum Schluss. Im Geburtstagskalender habt ihr die Möglichkeit, dann zum Beispiel auch eine Listenansicht zu wählen. Dann seht ihr, habt ihr hier die Geburtstage untereinander und die auch zeitlich sortiert. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Anwenden. Bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.